Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die beiden Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach genau? Das will der hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, soweit ihr ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederzellrestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ich setz Feiglinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Glambe hält! Jahrelang hat das wie die Firma der Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden, nur als Wegpicken zu... Widerstand! Ich hab' weggelegt! Ich hätte gut daran getan! Und jahrelang alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf der Akademie! Und doch hab' ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird gesaufen in ihrem eigenen Blut! Verrat! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich, der wollte ich! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Nun beken Sie, war ich mir dasぁ! Vielen Dank.